Hallo und herzlich willkommen hier nochmal live aus dem Sputnik-Studio. Begrüßt Sie Ilona Pfeffer. Und wir haben heute einen Studiogast, ein bisschen außerhalb der Reihe. Wir freuen uns sehr, Herrn Willi Wimmer bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Wimmer. Ich grüße Sie, Frau Pfeffer. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte auch den Besuch gleich zum Anlass nehmen, Ihnen eine Frage zu stellen, die in den letzten Wochen verstärkt in den Medien auch aufgetaucht ist und diskutiert wurde. Es geht um den Begriff Kontaktschuld. Dem Journalisten Paul Schreyer, wie auch anderen öffentlichen Personen, ist dieser Vorwurf gemacht worden, um Sie zu diskreditieren. Das heißt, es fand keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was Sie so geschrieben haben, statt, sondern Ihnen wurde vorgeworfen, zu einem früheren Zeitpunkt mit jemandem Kontakt gehabt zu haben, den man eben für nicht so glaubwürdig oder nicht so angebracht hält. Zum Beispiel Jürgen Elsässer. In dem Falle. So, und jetzt möchte ich auch direkt einsteigen. Haben Sie keine Angst, mit uns zu reden? Uns wirft man ja das auch ganz gerne vor, sodass wir vielleicht nicht ganz koscher sein. Also, für mich ist so eine Diskussion ausgesprochen dämlich. Ausgesprochen dämlich. Alle diejenigen, die sich mit der Sache nicht auseinandersetzen wollen, fangen an, nach der alten Fußballerregel vorzugehen. Zuerst das Bein und dann der Ball. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, das ist für mich kein Punkt der Diskussion. Was Leute aus der Vergangenheit anbetrifft, mit denen man durchaus gut zusammengearbeitet hat. Wir haben ja eine nach dem Ende des Kalten Krieges wechselvolle Geschichte hinter uns. Und ein Dreh- und Angelpunkt war der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Und damals hat es in Deutschland im Pressebereich eigentlich nur wenige Gesprächspartner gegeben, die ein Verständnis dafür hatten, dass wir mit diesem Krieg das Völkerrecht eingerissen haben. Und dazu zählt auch der ein oder andere Name von denjenigen, die heute in öffentlichen Diskussionen sind. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, wenn andere so mutig gewesen wären, wie der ein oder andere, den man heute angreift, wäre es um dieses Land nicht so schlecht bestellt. Es ist um das Land schlecht bestellt. Und das ist für mich der Maßstab, woran man sich orientieren soll. Alles andere kann ich nur sagen, Schnee von gestern. Gut, aber wie erklären Sie sich dieses Phänomen an sich? Warum versucht man jetzt, ohne liebsame Personen mittels Kontaktschuld sozusagen auszugrenzen und zu diskreditieren? Ja, das ist für mich ein Punkt, wo ich kein Interesse habe, an dieser Diskussion mich zu beteiligen. Weil ich nur sagen kann, alle diejenigen, die heute mit derartigen Begriffen kommen, haben in den zurückliegenden Jahren auch immer wieder eine neue Saudersdorf getrieben, wenn es der Mainstream-Presse so passte. Und wir haben ja eine Situation in Deutschland, wo wir Meilen davon entfernt sind, von der ursprünglich freien deutschen Presse noch reden zu können. Wir haben uns ja immer durch den politischen Pluralismus ausgezeichnet, auch im Pressebereich. Das heißt, die unterschiedlichen Strömungen, wie sie in der Bevölkerung nun mal vorkommen, haben sich auch in den Zeitungen, in den großen Medien wiedergefunden. Mit der einen oder anderen Schlagseite, aber das war geläufig und das war uns ja auch bekannt. Aber in Anbetracht der weltpolitischen Entwicklung mit den ganzen Kriegen, die wir nur noch führen, hat man das ja nur auf eine Linie noch ausgerichtet. Und ich kann auch diejenigen in der Presse, die andere Auffassungen sind als ich, kann ich beruhigen. Man hat mir ja auch im Deutschen Bundestag als Abgeordneter des Deutschen Bundestages das Rederecht genommen, weil ich gegen die Kriege gewesen bin. Also vor diesem Hintergrund ist das eine Linie, die man nicht nur in den Medien gesehen hat, sondern im Deutschen Bundestag ist es ja nicht anders gewesen. Also vor diesem Hintergrund habe ich eine Erfahrung in diesem Land. Und andere haben diese Erfahrung auch gemacht, wo ich nur sagen kann, ich lasse mir doch von keinem vorschreiben, mit wem ich rede. Das ist doch meine Sache. Ich lebe doch in einem freien Land. Jedenfalls hat das Land bisher noch diesen Anspruch. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, diejenigen, die dann mit solchen Begriffen um sich schlagen, sind so dämlich, um über die Straße zu gehen. Ich sehe es ein. Also ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Herr Wimmer, ich würde ganz gerne direkt irgendwie zum nächsten Thema springen, weil unsere Zeit auch ein bisschen begrenzt ist. In einem Interview in der SZ hat sich der scheidende französische Präsident Hollande sehr besorgt über Europas Zukunft geäußert und sinngemäß gesagt, er werde alles dafür tun, um zu verhindern, dass Marine Le Pen an die Macht kommt. Die populistischen Bewegungen in Europa würden auch die Sicherheit Europas bedrohen. Da eben diese Bewegungen auch sich mehrheitlich für den EU-Austritt einsetzen beziehungsweise in dieser Hinsicht äußern. Wie bewerten Sie das? Also ich bin für jede politische Schlacht zu haben. Das war ich in der Vergangenheit und das bin ich auch heute. Das heißt, wenn es um die Kernfragen der Nation geht oder der europäischen Entwicklung oder internationalen Sicherheit, muss man schon seine Meinung machen und muss man auch deutlich sagen, wo man steht und was man will. Aber es ist ja ein ziemliches Unding, dass diejenigen, die für die Veränderung der politischen Lage in Europa und auch in Deutschland und in Frankreich die Verantwortung tragen, nämlich die etablierten Parteien, heute hingehen und den Leuten Vorwürfe machen, die von ihrem Wahlrecht bei anderen Parteien Gebrauch machen. Man hätte es nicht so weit kommen lassen sollen, dass wir es mit diesen Kriegen angefangen haben, Europa auf den Kopf zu stellen. Wir sind ja bei jedem Krieg, der um uns herum geführt wird, insbesondere auch durch die Französische Republik. Wir sind ja beteiligt. Wir wundern uns dann über die Ergebnisse und machen die Leute dafür verantwortlich, dass sie sich nicht bei den Parteien zu Hause fühlen, die für diese Kriege die Verantwortung tragen. Also das ist eine ziemlich schizophrene Situation. Und die Lage in Frankreich, die macht ja deutlich, wir stehen ja da kurz vorm Bürgerkrieg. Die sollen mal dafür sorgen, dass es wieder gesittete Verhältnisse in Paris, in Berlin und in Brüssel gibt. Dann hören diese Phänomene auch auf und das darf man in der Verantwortung nicht auf die falsche Schulter nehmen. Nun sind es ja aber auch gerade diese rechtspopulistischen Parteien, die eben anscheinend die Sorgen der Bevölkerung, also vor Überfremdung, vor der Einwanderung, aufgreifen als Einzige und damit auch Politik machen, dadurch auch Wählerstimmen gewinnen. Hat man das unterschätzt, also diese Ängste, die offenbar in der Bevölkerung zu einem gewissen Teil vorhanden sind? Es werden ja inzwischen Bücher auch in Deutschland darüber publiziert oder stehen vor der Veröffentlichung, in denen sehr gut beschrieben zu sein scheint, wie damals im Sommer 2015 die Fehlentwicklungen auch in der deutschen Politik gewesen sind. Wenn die Leute nicht zu ihrer politischen Verantwortung stehen und keine, nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen oder die falschen Entscheidungen treffen, ja, dann müssen Sie sich nicht wundern. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, noch leben wir in einer parlamentarischen Demokratie und dann machen die Leute von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ich habe da auch die Situation erlebt im Zusammenhang mit den Grünen. Da kamen die Grünen zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag und schon gingen die großen Parteien hin und haben alles versucht, um die parlamentarische Bewegungsmöglichkeit der Grünen auf Null zu drehen. Entweder verstehe ich dieses parlamentarische System so, wie es die Väter des Grundgesetzes gedacht haben oder ich trage selbst die Verantwortung dafür, dass wir Parteienphänomene haben, wo ich nur sagen kann, da kann man noch nicht mal mit Handschuhen rangehen. Das ist doch die Situation, mit der wir es zu tun haben. Es ist freies Land. Gut, zusammenfassend, also diese beiden Aspekte sozusagen, EU-Austritt, der eventuell als Bedrohung gesehen werden kann für die Sicherheit Europas, also wenn einige Länder sich entscheiden, Großbritannien zu folgen. Andererseits sagen die rechtsnationalen Parteien, Europa sei bedroht in seiner Sicherheit durch den Zuzug von Fremden. Wie ist das zu bewerten? Also wie müssen die etablierten Parteien sozusagen diese Verantwortung wahrnehmen? Wie sollen sie darauf antworten? Ja, wir sehen ja, dass diese Dinge alle nicht aus der Luft gegriffen sind. Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker malt in diesen Wochen bunte Bildchen und gibt dürre Texte darüber raus, dass eigentlich Europa am Ende ist. Er gibt ja ausdrücklich einen ganzen Handlungskatalog vor zwischen reiner Wirtschafts- und Handelsunion und einer weiterentwickelten EU, die auch in Deutschland immer weniger Leute wollen. Denn das, was mit dieser weiterentwickelten EU gemeint ist, ist doch die internationale Kriegsgemeinschaft, die wir führen sollen. Zugunsten Frankreichs, zugunsten der Angelsachsen, aber nicht im Interesse der deutschen Nationen. Das sind doch alles Dinge, mit denen wir es zu tun haben, aber die werden doch durch die Herrschenden unters Volk gebracht und nicht von denjenigen, die, weil sie sich als Parteien frei gründen können, auch auf die Zustimmung oder auch auf die sinkende Zustimmung der Bevölkerung setzen können. Das sind ja alles Entwicklungen, die man in diesem Kontext sehen muss. Und ich bewege mich nicht auf der Basis derjenigen, die dieses Land an die Mauer gefahren haben und dann der Auffassung sind, sie könnten auch noch sagen, welche Diskussionen zu führen sind. Verstehe. Auch in den USA scheint es ja auch Signale zu geben zur Unterstützung von Le Pen, wie aus den jüngsten Äußerungen von Steve Bannon zum Beispiel, also dem engsten Berater von Trump, ersichtlich wurde. Zugleich sieht es so aus, dass die Trump-Regierung das Konstrukt Europäische Union für nicht mehr zeitgemäß hält und die Rückkehr zu den Nationalstaaten sogar befürwortet. Wie bewerten Sie das? Ja, das macht ja deutlich, dass wir es mit einer neuen amerikanischen Regierung zu tun haben, die an die Grundsubstanz der europäischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg rangeht. Ich habe ja auf anderen Feldern durchaus eine gewisse politische Sympathie für den Präsidenten Trump, wenn er denn wirklich die Hand ausstreckt in Richtung russischer Föderation. Aber was die europäische Entwicklung anbetrifft, der will uns ja in die Steinzeit zurückbringen. Was die europäische Entwicklung anbetrifft, und jetzt wird Europa zeigen müssen, was es wert ist. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits gesehen, dass die Amerikaner nicht mit Brüssel den Partner für Verhandlungen gesehen haben, sondern jeden einzelnen europäischen Staat gegen Brüssel instrumentalisiert haben, wenn es ihren Interessen dient. Also vor diesem Hintergrund wird jetzt Europa zeigen müssen, ob es mit den Trumps dieser Welt fertig wird. Es wird auch zeigen müssen, ob es für die Obamas und Clintons dieser Welt die Kriege führen will. Also vor diesem Hintergrund, wir haben in unserem Leben selten in einer spannenderen Zeit gelebt, selbst wenn wir in diesem Land älter geworden sind. Das ist spannend. Worauf ich noch ganz gerne eingehen würde, in der Diskussion um die Sicherheit der EU ist auch immer mal wieder von einer möglichen europäischen Armee die Rede. Was halten Sie davon? Schon im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung haben wir in Bonn damals sehr deutlich gesehen, dass es, was den Militärapparat der Bundesrepublik Deutschland anbetrifft, es zwei große Interessenten gibt, sich unserer Potenziale zu bemächtigen. Auf der einen Seite die Angelsachsen für ihre globalen Kriege, hat sich herausgestellt, und auf dann daneben die Französische Republik, die ja auch in Afrika einen Krieg nach dem anderen vom Zaun bricht, in übrigens Übereinstimmung mit ihren ökonomischen und sonstigen Interessen. Das heißt, die europäische Armee, über die jetzt auch gefaselt wird, um es mal ganz deutlich zu sagen, hat ja diesen Hintergrund. Es geht doch nicht darum, für die europäischen sicherheitspolitischen Anstrengungen einen gemeinsamen Militärapparat zu schaffen, sondern es geht darum, für die Länder wie Frankreich, Großbritannien und Vereinigte Staaten das deutsche Militärpotenzial zur Verfügung zu stellen, damit die mit unseren Soldaten ihre Kriege führen können. Und vor diesem Hintergrund muss man auch das ganze Gerede um die europäische Armee sehen. Das dient nicht der europäischen Sicherheit, sondern Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, aber nicht Deutschland. Und die große Frage ist doch die, ob wir das mitmachen sollen. Und im Hinblick auf eine Aufrüstung sozusagen in Richtung Russland, was meinen Sie, könnte das auch dahinter stecken, sozusagen, dass man dafür auch Gelder frei bekommen will und sozusagen die Mittel und das Go gegen Russland... Ich würde das nicht ausschließen, dass man anders im Hinterkopf hat und zur Beruhigung der Bevölkerung etwas anderes sagt. Aber wenn Sie doch die heutige Situation in Europa sich ansehen, wer hat denn hier Sorge, dass die russische Föderation in Europa irgendetwas machen könnte, was uns nicht passt? Die Sorge ist doch unbegründet. Das, was wir in der Ukraine und im Baltikum doch sehen, ist doch durch den Westen selber organisiert worden. Das heißt, wir haben das ja in Zusammenhang auch mit den ganzen Taliban und sonstigen Entwicklungen in Nahen und Mittleren Osten gesehen. Wir kämpfen doch gegen die Bedrohungen an, die wir selber geschaffen haben. Das nennt man politischen Schwachsinn. Gut, abschließend vielleicht noch, Europäische Armee, erstmal ja nur Gefahr, wie Sie gesagt haben. NATO ist aber Realität. Wie sehen Sie die Entwicklungen jetzt gerade? Das heißt, sehen Sie, dass es sich irgendwo hin bewegt, also mit NATO gerade im Hinblick auf Russland? Ja, wir sehen im Augenblick, dass wir für alle Politikfelder, mit denen wir es zu tun haben, eine Auflösung der uns bekannten Strukturen, Denkmuster, Vorstellungen erleben. Das heißt, wir kommen in eine Zeit der totalen Unsicherheit. Und dann kommt es natürlich darauf an, in einer solchen Zeit das Richtige zu machen. Und wir sollten die NATO auf ihren ursprünglichen Zweck, einer Verteidigungsallianz, nicht nur zurückführen, sondern, wie Helmut Schmidt das immer gesagt hat, die NATO als einen Vertragsbogen zwischen Brüssel und Washington empfinden, aber die militärische Integration aufgeben. Denn das, was wir heute unter NATO verstehen, ist ja auf dem ganzen Globus friedensgefährdend. Warum sollen wir uns daran beteiligen? Und das, was wir heute erleben, trägt eigentlich dazu bei, die Diskussion auf diesen Feldern so aufzureißen, dass wir die schleichende Umwidmung der NATO von der Verteidigungsallianz begrenzt auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland hin zu einer Angriffsorganisation an den russischen Grenzen, das wieder zurückdrehen. Das gehört beseitigt, sonst legen wir die Ursache für den nächsten Konflikt in Europa, den im Übrigen in Europa keiner überleben wird. Herr Wimmer, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie heute den Weg zu uns nach Berlin ins Sputniks-Studio gefunden haben. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Pfeffer. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020